Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschela und schaut euch wieder für euch in Battle for Esser.de Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Angelsack-Opening. Hier zum Thema passend habe ich auch schon einen Fischkopf auf mit meinem Twink. Und wir wollen jetzt wieder 20 Säcke aufmachen und ich hoffe, dass meine Angeln drin sind, dass ich nicht mehr jeden Tag mit den ganzen Chars hier angeln muss. Gut, ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe hier schon mal 20 Säcke ausgesondert. Ihr seht, ich habe schon noch ein paar mehr mittlerweile geangelt. Fangen wir mal an. Erster Sack war eine Nullnummer. Habe ja mal ein Rezept gekriegt, das anscheinend seengebunden ist. Ja gut, das bringt mir nix. Zweiter Sack war auch nix. Dritter Sack war denn da ein Tagebuch? Uh, da können wir angeln lernen. Ganz toll. Gibt sogar ein Achievement, okay. Dann Sack Nummer 4, ein Netz. Sack Nummer 5, grauer Crab. Sack Nummer 6, noch mehr grauer Crab. Uh, das ist aber so, ne, das ist nix wert. Ich würde gerade sagen, hier mein Auktionshaus Add-on sagt mir 475 Gold. Aber nein, das kriegen wir wahrscheinlich nicht verkauft. Nummer 7 und Nummer 8. Oh, was ist das? Ah, den bräuchte ich mit nem... Ach, ich muss die Säcke mal mit nem Stoff-Char aufmachen. Schaut mal an. Das ist anscheinend ne... Ein Special Transmog, den man mit nem Stoff-Char nur lernen kann. Okay. Gut, dann gucken wir mal hier rein, ob wir noch irgendwo ne Angel drin haben. Machen wir die mal noch ein bisschen schneller auf. Oh, komm. Gib mir doch eine Angel, bitte. Sechs Säcke haben wir noch. Ne? Auch nicht. Komm. Irgendwas muss ich da jetzt noch rauskriegen. So eine Angel wäre halt echt mal schick. Oh, nein. Ich sehe meine Fälle davon schwimmen. Aber bei dem Kopf muss ich da nochmal gucken, ob ich da noch irgendwas machen kann. Dass All the Things das als gelernt ansieht. Weil ich glaube, das ist kein normales Item. Also das kann ich normal nicht lernen als Transmog. Zumindest steht das hier mit dran. Vielleicht doch mit nem Stoff-Char, ne? Das ist leider kein kosmetisches. Ja gut, hier war mal wieder gar nichts drin. Also was ich brauchen kann. Außer halt dieser Kopf. Aber wie gesagt, da brauche ich nen Stoff-Char. Das ist leider kein kosmetisches Item. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ich müsste eigentlich mit nem Stoff-Char noch angeln. Mal gucken. Das kann ich vielleicht verkaufen. Das hier auch. Irgendwelche Schwimmtränke. Und das andere ist leider lauter Mist. Schade, schade. Gut, sollte leider nicht sein. Das war jetzt, ich glaube, das dritte Mal, dass ich 20 Säcke aufgemacht habe. Heißt, insgesamt haben wir jetzt schon 60 Säcke aufgemacht und wir haben noch keine Angel gekriegt. Puh, ich hoffe, das wird nicht nochmal viel länger dauern. Also bei 100 Säcken habe ich hoffentlich zumindest eine von beiden Angeln. Aber wir werden sehen. Gut, dann bis zum nächsten Mal, bis ich wieder 20 Säcke zusammen habe. Euer Tila. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.